Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Neuen Let's Play, Dead Space. Ja, Dead Space. Es ist nicht blind. Oh nein, es ist nicht blind. Es ist nicht blind. Ja, ich will jetzt auf den guten alten Xbox Controller und es ist nicht blind wie gewählt. Also ich kenne das Spiel. Okay, so ein Teil kenne ich das Spiel. Es ist half blind, so. Ich kann mich bis zu einem Zeitpunkt erinnern. Also, ja, ich sag auch schon welchen Punkt ich meine. Ja, der gute alte Checkpoint-Punkt. Ja, ich komm schon drauf. Das Spiel ist richtig Bäm Hammer. Richtig gruselig. Wir sind nicht. Das Spiel ist richtig. Bruder aus. Der Start-Objekt, USG-Civil unterweist vom Agnesystem. Primär und alle Klark-Spezifik-Techniken und Schutzsysteme können dort jetzt. Und wie der Spezialistin Zach Hamill Leitender Sicherheitsoffizier Das ist eine kleine Sache Das größte? Hören Sie sie, passen Sie auf das Trümmerfeld auf Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres USG Ishimura Hier spricht das Notfallteam der USG Callion In Antwort auf Ihren Notruf Bitte kommen, Ishimura Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems Ja, wissen wir Signal verstärken Noch mehr Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall Auf einem der Dinger gehört Bei tausend Leuten an Bord Müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder Bringen Sie uns darunter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden Sie haben die Lady gehört Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können Gravitationsstrahl aktiviert Automatisches Andock-Manöver eingeleitet Okay Fluch der Scheiße Sir, die Andock-Pro... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir rammen die Hülle Fahren Sie die Schilde hoch Ihr Traktorstrahl ist defekt Schalten Sie sofort auf manuell um Im Magnetfeld sind Sie irre Sofort abbrechen Nein! Wir können es reinschaffen Corporal, das war ein Befehl Das Feld ist zu stark Sieht alle okay? Was? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich hab soeben wie einen Arsch gerettet, Miss Daniels Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit Corporal, erstatten Sie Bericht Der Portbooster reagiert nicht Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren Wird eine Weile dauern Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum Halt still Isaac Ich synchronisiere gerade alle Ricks mit dem Schiff Okay, fertig Alles im Topfit Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen Es geht los Das ist unsere Lebensanzeige auf dem Rücken, was blau ist Und wir sehen richtig krank aus Richtig geil Für so ein altes Spiel echt geile Grafik, muss man sagen Aufkürgel hinzugefügt Durch Hennen, bewegen Sie sich schneller Okay MidiPick Klein Und wir haben jetzt die Verbindung zum Portbooster verloren Sie haben den Portbooster verloren Und genau Die Ishimura war der erste Planetcracker-Klass-Vessel Und ist jetzt die open-serving Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft Also, gehen Sie da rüber und hacken Sie die Türsteuerung Hacken Ja, das wisse ich Das wisse ich We shoot Und wir schauen dann Also wenn ich jetzt, äh, drauf freut, dass ich mich richtig erschrecke und so. Ne, ich will mich auch wieder nicht erst erschrecken. Ich bin dagegen immun. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseelig, empfange keinerlei Signale. Keine einzige. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Will ich gerade machen, aber hört auf zu reden. Im Lokalisierungssystem finden Sie Ihr nächstes Einsatzziel. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprochen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Du Teufel! Und da ist es noch. Ich bin weg. Ich bin weg. Du gut, du gut. Das Ding ist ja schmachhilfe. Was will ich? Oder was? Rein, Isaac. Verschwinde das alleine. Na, ha, nie. Was? Schüttel. Schüttel. Oha, 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 oha. Wo-lecht? Dann was? Mit Zeit. Lass mir Zeit. Dankeschön. Äh. Uh-uh-uh. Uh-uh-uh. Nein, 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 nein. Aus! Bist du ein ekelloftes Vieh? Schäm dich, das zu machen, äh, das gemacht zu haben. Oh Gott. Es geht nicht. Plasma Cut-Trip. Wie weiß das alles? Na komm, da kommt noch vor, kann sie feiern denn hier? Das ist auch geil, jetzt einfach knackst. Voll zerfleder. Minipig vielleicht. Und Credits. Credits ist hier die Währung für Euro. Also 100.000 Credits. Oh Gott, ein Token. Munition. Die sind überall, also okay. Oh Gott, Moment. Oh Gott, nein, 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 nein. So. Die sind überall. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und der erste Insta- Oh Gott. Oh Gott. Rebecca Von Hygge Also die ganze ausplicieren. Aufmerksamkeit wohnt. Obwohl übernachtet die Welt sich die Stadt Da ist nichts. Da ist Militär.